René Clair, dem Meister der Filmpoesie, dem Schöpfer unvergesslicher Komödien aus dem Paris der kleinen Leute, der Welt der Straßensänger der Clochards, der Taxifahrer und Medinetten, ist diese Filmwoche gewidmet. Untertitelung des ZDF, 2020 Sehen Sie Ausschnitte aus dem Eröffnungsfilm des Programms aus Die Mausefälle. Du, die machen Aussuchung. Wer? Ja, die Polente. Sag mal, hast du gestern Abend die drei Schüsse gehört? Oh, ich hab nichts gehört. Sollen dagegen vom Autisten gewesen sein. Das stimmt nicht, ich war beim Autisten. Wann? Als die Schüsse gefallen sind. Die du nicht gehört hast. Wer ist das? Mädchen. Und wenn er verreckt, was machen wir dann? Ich werde den Mund halten. Was wirst du, wenn ich jetzt zudrücke? Ein winziger Daumendruck und du wirst kein Wort mehr reden. Aber du hast Glück. Du hast Glück, weil du eine hübsche Fratz hast. Ich bin ein Schweinehund. Wär es das nicht. Aber ich bin der Größte. So ein Burschen wie dich habe ich noch nie getroffen. Ich bin unter Auge nichts. Juju, aber wir bleiben doch gute Freunde, ja? Dann gib mir einen Kuss. Du wirst nichts sagen, nein? Er wartet auf mich auf der Straße hinter dem Tanzsaal. Geh du hin. Gib ihm das. Mensch, wirst du mich verbrüllen? Bin ich mir gerufen, die ganze! Den kriegen sie bald. Drei Passanten, zwei Polizisten. Das langt. Barbier. Lieb wohl, Frankreich. Vorwärts. Ich habe gewonnen. Das Leben ist schön. Nein, Pio, so geht's nicht. Die René-Claire-Woche gestattet einen Überblick über das Schaffen des großen Regisseurs in drei Jahrzehnten, bringt ein Wiedersehen mit fünf unvergesslichen Filmen und gewährt Einblick in die mit warmer Menschlichkeit gezeichnete Welt René-Claires. Achten Sie auf dieses Programm. Und die Flüge und die Autanen haben verändert mein Arbre in poudre und mein Amour in dem Moment.